moin leute tom ist am start heute mit neuen item shop video und zwar seht ihr gerade dass es unten rechts ein wartungsupdate gibt genau warten für patch version 15.30 heute um 10 uhr gibt es ein update deswegen bereitet euch da auf jeden fall vor und ja dann sage ich jetzt mal viel spaß beim item shop video let's go heute mit neuen item shop video genau das habt ihr euch bestimmt wieder vermisst und es kommt jetzt auch echt öfters leute deswegen lassen kostenloses like einen kostenlosen like und ein kostenloses abo da und aktiviert die glocke um nichts mehr zu verpassen soll ich jetzt mal viel spaß jetzt beim video erstmal sind hier was sie sehr schade finde die neon skin zurück einmal neon die puls dann die flue und so alles finde ich eigentlich ein schade weil ich die magie an silvester gekauft habe und freund von mir der hatte hat den hell gleich hat nicht und jetzt würde sich die bischung kaufen dann gibt es die halten auch in der normalen variante einmal hier so und hier und hat pickaxe ich finde ich halt so geil die plex und ja dann geht es hier weiter mit den neon schmetterling folgen der sound wird mal ich finde das lohnt sich richtig und noch die neon streifen lackierung die animierte die so geil und nun sogar noch reaktiv also ansehen es lohnt sich auf jeden fall und ja das dann geht es hier weiter mit dem stillschwein auf jeden fall die ist auch echt lange nicht mal im shop gewesen so einen monat oder so finde ich ja sie so zeit bin ich ehrlich dann geht es hier weiter mit den stillen klingen ja finde ich jetzt nicht so toll dann abgenutzte schwarz finde ich jetzt auch nicht so würde ich mir jetzt auch nicht so kaufen bin ich wirklich ehrlich und dann der fluffy skin ein spaß pass hatte ich finde eigentlich ganz süß bin ich ehrlich nur wenn dann ein bisschen sie ist ja wer also nicht so dick wäre dann würde ich mir auf ihn verkaufen dann auch das backblinker zu also ich will mir kaufen aber wenn er nicht so dick wäre dann hier und er müsste selber entscheiden das war es auch mit den vorgestellten gegenständen lassen der stelle man leichter würde mich sehr freuen dann geht es ja weiter mit den täglichen gegenständen einmal der rennfieber ist finde ich meiner meinung nach der erste sie sich nicht so toll aber der zweite sieht schon besser aus und ja dann der das doppelte spiel skin der doppelte spiel auch lange nicht mehr gesehen wirklich lange nicht mehr gesehen mit dem backblinker auch noch oha die spektal die spektral hacke richtig neues haus anstetten ohrleute kopf auf jeden fall dieses zu kalt aus dann knacks und billy bauen okay das war es auch schon mit den video wenn euch das video gefallen hat das auch gerne ein kostenloses abo da wie nur zu 650 abos würde mich freuen und ja hier ist halt noch das snack ist und ja dann sag ich jetzt mal haut rein wir sehen uns bis zum nächsten mal mit